Meine Lieben, wir sind heute in den Traktor Park Studios. Sebastian und ich haben hier ein tolles Fotoshooting. Und viele von euch fragen natürlich immer, was nehmt ihr als Make-up-Unterlage? Wir hatten bisher immer natürlich die Creme und Kosmetikmarke unserer Wahl. Und ihr wisst ja, seit neuestem bin ich ja der totale Fan von der neuen Kosmetiklinie. Hydra Science, natürlich von Judith Williams. Ideale Make-up-Unterlage. Zieht schnell ein und gebt eurer Haut die Feuchtigkeit, die sie braucht, wenn ihr da kieleweise Make-up drauf schmiert. Die zwei Basiskondukte der Serum und die Gesichtscreme, 24-Stunden-Creme. Unsere, meine Empfehlung für ein perfektes Make-up. Bis bald. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017